Hallo und herzlich willkommen bei Wett.Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel CSR Racing 2. Ich werde das Spiel mal starten, Vollbilder machen. Und, 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 und. Ja, das Land dauert ja immer ein bisschen bei den Spielen. Joa, war ein bisschen müde noch. So einen Ford hätte ich auch gerne. Was ist das dahinter? Auch ein Ford? Nee. Keine Ahnung. Na gut, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Tut 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 tut. Okay, Ford fahren. Ich muss gleich erstmal gucken, was für Autos ich hatte. Äh, ja. Lädt immer noch. Jetzt ist es da. Shit. Ah, so, ich habe... Halt den einfach da loswerden. Und den brauche ich auch nicht. Verkaufen. So. Mein erstes Auto verkauft. Den behalte ich. Und... Den behalte ich. Den verkaufe ich. Und... Den verkaufe ich. in den. Nein. Ich wollte ihn noch verkaufen. Oh, schwarzes Bild. Oh, 1,5 Millionen. Nice. Ach, muss ich kaufen. Nee. Nix da. Ich dachte, krieg ich es geschenkt. Und... Gratis. Okay. Mh, nein. So, dann werden wir den Audi TT verkaufen. So, dann werden wir den Audi TT verkaufen. Oh. Oh. Da nicht. Da waren wir doch grad schon mal. Jetzt kommt das mit. 21 Euro oder so was. Oh, nee. Ähm. Aber... Ich möchte nicht mit das Auto fahren. So. Ah. So. Das Auto ist aus. Heißt. So. Zeige den Audi TT-Low. So. So. Hm. Hi Tina. Willkommen bei der mitnachlichen Reise. Es ist Zeit, dein Können auf den großen Bühnen unter Beweis zu stellen. Naja. Oh. 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 einschlafen 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 hast du in all deinen ferraris schon wo schickt er mich denn jetzt hin? komm dann machen wir den rein starten halt hier noch den grünen bereich naja wohl mach mal na gehts los wie gehts? Okay, Garage, oh schon wieder, Dankeschön. Garage, hm, Teile auf Stufe 4 und 5, die Importgegenstände, okay. Ah, da war mein Tagesbonus gewesen, was ich vorhin haben wollte. Äh, ich schließe. Okay, Sammeln. Sammeln. Und, Sammeln. My Daily ist aber schon fertig heute. Okay, den hier verkaufen. Jawohl. Ich muss mein K3 noch schneller kriegen. Bei der ist noch zu langsam. Gehen wir in den mal rein. Schauen uns mal an, was ich da verbessern kann. Ich brauche doch irgendwie den nächsten Stern. Ich weiß aber nicht wie. Absinke geht hier. Gospel. Tag. Ich brauche Mercedes-Teile. Ich habe 600 Schlüssel. Ich brauche davon 10. Na egal, wir können davon 6 Stück holen. 1 2 3 Kein Danke. Noch mal. 1 Porsche Ferrari Was ist das? You can Noch 3 Nissan Dodge Und Geld Geld ist auch gut Lamborghini Ferrari Was das eine war weiß ich nicht Zeichen schon mal gesehen aber Ferrari Alfa Romeo Kalis Las Kalilas Oh oh Auto 1 K2 Okay keine Gegenstände Ein Auto Ich hätte lieber ein K4 gehabt Weil dann habe ich K1 2 3 4 5 Oh Der sieht auch schon aus Oh Ein Lotus Ok Das war's Schon ewig nichts mehr gehört von Lotus Das ist ein K2 Ich habe schon den einem Ferrari Ferrari Aber vielleicht kann ich ja Den Ferrari verkaufen und den darf ich nehmen Der Ferrari lässt sich gut fahren Oh 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 Das war's Das war's Das war's Das war's Ich lasse den erstmal drin Ich lasse den erstmal drin Ich habe hier noch diese 3 Sterne die ich voll machen muss Und der Lotus hatte nur 2 Sterne Da kann ich was machen Da kann ich was machen Bestimmt weil ich so viele Ferrari Teile geschenkt gekriegt habe gerade Naja geschenkt nicht Ich hab's ja gekauft Verbesser Ich hab's ja das Doch Oh 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 Vielen Dank. Okay, macht er nicht. Aber das. Was war das jetzt? Okay, Stufe 6. Was war das? 0, no Komponent Okay Vom Mercedes habe ich nichts Ne Schade Oh Ich muss die Tuning bei Ihnen neu einstellen Und das war jetzt der Nitro Ich schaue heute mal hier vorne drauf Ob das Größer oder kleiner wird Es wird kleiner Größer Größer Ich Sollte glaube ich mal 5 machen Jetzt bin ich bei 05 Oh 5 5 5 5 5 5 5 72 74 Wow 589 6 6 4 6 6 5 6 5 6 7 5 7 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 11 12 11 12 11 12 12 13 14 11 10 12 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 da muss ich hin da gibt es den Stern da muss ich hin ja da gibt es den Stern wo gibt es den nächsten Stern da bei 30 wow und den nächsten Stern bei Level 50 jetzt soll ich eine Farbe machen mit dem jetzt gehe ich mal auf Rennen und wir schauen erstmal hier ist K3 achso ich muss K3 schaffen das ist der hier dann aber ich fahre jetzt einmal für ein bisschen Siege brauche ich dann fahre ich mal nur den hier also einmal fahre ich nur den dann würde ich sagen ist auch schon das Video vorbei weil das Laden das ach das ist mal so anstrengend ok ich fahre gegen K1 hallo turbo ja also ich habe meinen für ein viertel Meilen Rennen getunt und bin ich besser wie sonst wow mega 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 nice 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 aber eigentlich wollte ich doch ein K3 haben äh K4 ich gehe nochmal kurz bei Autos rein das dauert auch wieder eine Ewigkeit Autokauf ach jetzt nicht ich habe es schon bewertet das Auto habe ich schon K4 K4 das fehlt mir noch ich hoffe da ist ein billiges Auto ich habe nicht so viel ich bin ein armer Schlucker ok jetzt kann es langsam kommen da da bist ja schon kann ich schon drücken ein Mazda steht ja auch da Mazda Rx7 was kostet der denn oh der Ford GT40 der ist auch nice da brauche ich 30 Marken wie viel habe ich Profi Lüger ok Lanzia äh Subaru ist das ne Mitsubishi ist sicher kostenlos ah merken der ist kostenlos Corvette ah der kostet wieder ne 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 Subaru der ist auch kostenlos mhm das ist WRX auch kostenlos also ich glaube ich nehme den WRX bislang wenn er kostenlos ist rocket bunny den kann ich nicht kaufen den kann ich nicht kaufen für den Darch kann ich auch nicht kaufen kleine spider Alfa Romeo Porsche ich bin nicht so für Porsche dann würde ich lieber in Alfa Romeo fahren als Porsche aber Ferrari aber Ferrari mag ich eigentlich auch nicht so aber trotzdem mein lässt sich gut fahren nochmal auf Porsche Carrera kann ich nicht kaufen Corvette Ford GT oh Nissan NSX war noch Nissan oder Honda 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 war das nicht Nissan ich habe wieder so ein Rocket Bunny Camero habe ich auch schon mal was gehört ah Corvette äh Corvette Geroulette schon direkt mit vorne ein Abschleppdübel aber schnell abschlepp schnalle CTS Honda keine Ahnung keine Ahnung ein BMW M5 ach das ist der 8a BMW der sieht cool aus ok BMW M5 und das ist der BMW 8a auch als Elektronik also das ist jetzt hier der M5er jetzt kommt der BMW Elektronik 8a Projekt 8a ist das auch der BMW ne das ist der BMW ach je was ist das Jaguar meine Frau meine Frau mag Jaguar ich glaube nicht diesen da Avant Avant Audi war das rs6 rs6 ach das ist der r8a Audi schon wieder vantage Chef roulette oder chrysler nein das ist Martin Aston Martin dbx rs6 rs6 Ich suche ein billiges Auto, also habe schon welche gefunden, das eine war cool. Da gab es glaube ich drei oder vier, die umsonst zu Hauswärter. Oh, Nissan kommt gleich. 950, jetzt kommt wieder ein Porsche, Skyline, Nissan war Skyline oder? Hm, ich wollte. Binta Jagger. Was ist das? HPE, Mustang, FinDash, NSX, WoWOS. Corvette, Made in America. Silvia, Silvia. BME, umsonst? Ne. Mercedes-AMG. Mercedes-AMG. Nissan. F40, Ferrari. Oder was ist das? Ja. Boah, 1200 Gold. Und wieder Mercedes. Corvette. Der Nissan. Audi. 1800. Ist immer teurer. Ich bin noch nicht durch. 1700. Oh, den können wir fast leisten. Fast. GESPERT. 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 Ist immer noch nicht bei der Auch gespürt, dass man die ganzen Autos, die bei Legende freischalten kann. Der Viper, cool. Und wir haben Sparrow. Cool. das ist extrem ist das nicht motorrad Ach, der war aber doch schon. Mazda, haben wir mit angefangen. Aber gut, da kommen gleich die, die umsonst waren. Das ist einmal der hier. Den würde ich dann holen. Der war kostenlos. Der war kostenlos. Nee. Das Baro war noch kostenlos. Den würde ich dann holen. WRX. Ich glaube, das war es auch schon. Ich gehe nochmal zwei weiter. Dann waren es doch nur drei, die kostenlos waren. Ich war mir ja auch nicht mehr sicher, drei oder vier hatte ich ja gesagt. Glaube ich. Gut, dann nehmen wir den. Nicht mal kostenlos. Nein, ich habe zu lange gewartet. Doch. Wenn ich so lange blätter, ist er kostenlos. Andersrum nicht. Ich möchte ihn haben. Geht das jetzt oder nicht? Nee. Geht nicht mehr. Nee, war so lange. Ja, okay. Dann. Subaru. Talantia. Mitsubishi. Oder Subaru. Von der Seite betrachten. Okay. Subaru. Von der Seite betrachten. Ich finde die Haubebein Subaru cool. Ah, für ihn. Ich nehme, äh, 5 Sterne und das war bestimmt auch nur 5, ja. Dann nehme ich den Mitsubishi trotzdem. Ach, konnte mir nicht entscheiden. Kaufen. So, jetzt habe ich K1, 2, 3, 4, 5. Da. Blub, blub. Oh, ich muss bei K3, mein Mercedes, der ist so langsam. Was mache ich mit dem Mercedes noch? Ich schaue mal nach einem anderen K3 an. Aber diesmal schaue ich mich nicht alle an. Ich bläte dann nach links weiter. Und schaue nach, ob da auch ein kostenloser ist. Wenn ja, schnappe ich mir den. K3. Ach. Ich brauche eine größere Garage. Okay. Na, links gehen wir. Die biegen gerade auch. Na, da waren gleich die kostenlosen. Autos. Kriege ich einen kostenlosen BMW. Z. Set Brotto. Striker GT. Ein M2er. Okay. Ich planze Lithium. 1, z4 Was ist das? Oh, da ein M3. M3 kostenlos. Schade. Corvette. Ah, hier kommen schon die Preise. Das heißt, hier gibt es keinen kostenlosen. Oh, den kann ich mir auch nicht kaufen. Jetzt kommt gleich ein Audi. Uiuiui. Sieht ein bisschen kaputt aus. Unter Legenden wären das dann. GTO. Oh. Gesperrt. Trotzdem gucken. Corvette. Ach Mensch. Ich habe nicht so viel Geld. Und das Geld brauche ich auch zum Ausrüsten für die Autos. Sonderangebot für richtiges Geld. Mach 1. Und der Mach 1, was ist das? Mustang. BMW? Ne. Doch. Porsche. 718. Das sind. Ähm, hier war ich glaube ich schon, ne. hier war ich noch nicht. Doch, noch nicht. Rallye Fighter habe ich schon gehabt. Das ist der Strand Buggy, was ich jetzt mal so sage. das aussieht wie ein Strand Buggy. Tja, dann gibt es hier keinen K3er für mich leider. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mein K1, K2, K3, K4 und K5. Da gibt es noch einen umsonst. Und hier gibt es sogar noch 12 Stück. Aber ich habe keinen Platz für so viele Autos. Und das ist mein neuer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ich stünde hier, ob ich auch noch einen drinne. Habe ich den nicht mehr? Platz frei. Ich hatte hier doch ein Auto ins Studio drin gehabt. Ich bin verwirrt. Na jetzt habe ich so kein Geld mehr. Den kriege ich geschenkt, wenn ich 8 legendäre Autos vollgemacht habe, glaube ich. den kann man sich wahrscheinlich raussuchen. Gesperrt. Da ist weiter. Ja. 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 Du, 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 du. Undorina. Das ist K4. Da war ich schon, schon einmal durch, kann ich mir keins leisten, alles teuer. Ne, da, da, den hab ich, den hab ich gehabt, warum ist der wieder da drinne, da steht sogar noch die 14% drauf, so, und, zack, den haben wir fertig, wir sind nämlich bei dem. Warum ist der SL weg? Kaufen. Ach, kein Problem, ich möchte nur mein Auto wieder haben. Gut, in zwei Stunden kann ich erst das Rennen fahren. Okay, ich würde mal sagen, das war's für heute. Nicht viel gefahren, dafür uns schöne Autos angeschaut. Und das ist jetzt mein neuer. Hm. Mal schauen, was man da machen kann später. Gut, beenden wir das Ganze. Bist du sicher? Jawohl, ich bin sicher. Ich sage jetzt ein Dankeschön fürs Zuschauen. War ne, zehn Minuten noch nicht vorbei. Doch. Ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann ist euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ist ja aufgegangen, ne? Okay. Tschüss.